Hallo, ich stehe jetzt hier auf dem Wichtelberg und heute ist der 27. März und es liegt hier noch ein halber Meter Schnee und es schneit. Und hier unten ist die höchste Stadt Deutschlands, Oberwiesenthal. Ich verlasse mich gut. Echt, wenn das jemand sieht. Guck, wie sieht das denn da an? So und jetzt sieht man gar nichts mehr. Jetzt ist hier Schnee stumm sozusagen. Schnee, Schnee, Schnee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.